Die Landeshauptstadt Düsseldorf Meine Damen und Herren, die Landeshauptstadt Düsseldorf ist stolz darauf, sich mit dem Namen Tokio am Rhein schmücken zu können. In der Tat beweisen die 5000 Japaner und über 300 japanische Firmen, dass Düsseldorf nach New York die zweitgrößte Kolonie außerhalb Japans ist. Einen der in Düsseldorf lebenden Japaner haben wir über mehrere Wochen mit der Kamera beobachtet. Sehen Sie nun den Film von Rolf Marx. Wir schalten um nach Düsseldorf. Düsseldorf Seit drei Jahrzehnten leben rheinische und japanische Düsseldorfer friedlich beisammen. Einer von ihnen ist Fusau Nakashima. Begleitet wird er bei einem Einkaufsbummel von seiner deutschen Ehefrau Anna und einer japanischen Bekannten, Fumiko Kimura und deren beiden Töchtern. Zwischen Deutschen und Japanern gibt es keine Probleme, aber auch kaum Berührungen. Häufig ist das Vorurteil zu hören, Japaner seien das Sinnbild für Roboter nur fleißige gelbe Ameisen, die mit Autos, Elektronik und perfekter Technik Geschäfte machen. Die viel zitierte sogenannte gelbe Gefahr aus Fernost löst bei manchen Menschen Angst, Neid, aber auch Respekt aus. Die Kinder Nippons bleiben uns fremd, aber auch wir sind Fremde für sie. Wegen ihrer Zurückhaltung ist es sehr schwer, einen Japaner zu finden, der bereit ist, sich der Kamera und Fragen zu stellen. Klein Tokio wird die Gegend um die Immermannstraße genannt. Im Mittelpunkt steht das vom Marubeni-Konzern vor sechs Jahren erbaute Japan Center. Hier, wie in umliegenden Fachgeschäften, ist alles zu kaufen. Japanische Lebensmittel, Bekleidung, wie zum Beispiel den Kimono, sowie Bücher und Zeitschriften. Immerhin sind Japaner die größten Leseratten der Welt. Beispielsweise gibt es 156 Wirtschaftsmagazine mit einer Auflage von 40 Millionen Exemplaren. Doch zurück nach Düsseldorf. Das umfangreiche Geschäfts- und Warenangebot ist die geeignete Voraussetzung, in der eigenen, sprich japanischen Welt leben zu können. Die hier ansässigen Japaner meiden die Kneipen der Altstadt. Sie gehen lieber in eigene Restaurants. Von sich aus Kontakte mit Deutschen zu knüpfen, entspricht nicht ihrer Mentalität. Die Haupthindernisse, Freundschaften außerhalb des eigenen Kulturkreises aufzubauen, sind fehlende Deutschkenntnisse und die kurze Aufenthaltsdauer in Deutschland. Nach drei oder vier Jahren gehen die meisten Japaner wieder in ihre Heimat zurück. Nicht so Herr Nakashima. Er lebt und arbeitet bereits seit elf Jahren in Düsseldorf. Fusao Nakashima ist 47 Jahre alt, in Tokio geboren und hat dort Mathematik studiert. Seine Frau Anna hat er hier in Düsseldorf vor zehn Jahren kennengelernt und nach einem Jahr geheiratet. Durch diese Verbindung findet und pflegt er, im Gegensatz zu seinen Landsleuten, Kontakt mit Deutschen. Herr Nakashima ist Mathematiklehrer an der japanischen Schule in Düsseldorf. Häufig bis in die Nacht hinein korrigiert er Schülerarbeiten, bereitet den Unterricht vor oder arbeitet Dienstpläne für die Schule aus. Fusao Nakashima ist der einzige Lehrer, der Anfang der 70er Jahre die schwierige Aufbauphase der Schule miterlebt hat. Er hat einen Sondervertrag, der ihm einen unbefristeten Aufenthalt an der Schule garantiert. Im Gegensatz dazu müssen seine Kollegen nach drei Jahren in Düsseldorf wieder in die Heimat zurückkehren. Herr Nakashima, wenn ich Sie bei Ihren letzten Vorbereitungen einmal kurz stören darf. Wir sind ja morgen dabei, wenn die Erstklässler kommen, 80, sicherlich ein spannender Tag. Aber spannend ist auch das, was wir hier in Ihrem Arbeitszimmer sehen, beispielsweise Karnevalsorden. Was verbindet ein Japaner mit dem rheinischen Frohsehen? Ja, ich bin Mitglied bei den Mundartfreunden Düsseldorf. Und ich möchte einmal auf der Bühne sein. Und wie sind Sie ganz konkret zum Karneval gekommen? Feiern Sie schon länger? Nein, das erste Mal dieses Jahr. Das erste Mal haben Sie dieses Jahr Karneval auf der Bühne gefeiert. Und Sie haben ja auch direkt sehr viel, sehr großen Applaus bekommen. Als ich von Japan komme, hier an den Ort, konnte ich nichts verstehen. Hier an den Tischboot alles komisch Spanisch führen. Aber nur konnte ich nichts führen. Jetzt bei Essen, on bei Drinke, muss ich an ihn Heidert denken. Ich bin Mitglied bei Drinke, muss ich an ihn Heidert denken. Ich bin Mitglied bei Drinke, muss ich an ihn Heidert denken. Und auch, de muss ich an ihn Heidert denken. Und auch, de muss ich an ihn probieren. Dothu er lecker hat, vorfass. Jo, du möchtest, da drinke ich fast. Ich hange, ich troffe, noa nette Lut, drumstum ich hütt, hee in der Lut. Ich konnte ja kaum mit Verstunden, da wurde ich nun Sprachschulion, nun Berit-Inglisch-Medien-Stadt, im Dutz-Lehrer Düsseldorfer Blatt. Das tut ihr mich grüßt, ich weiß, dass ihr noch, jetzt mag ich Schluss und los noch, Düsseldorfer Blatt! Ja, Herr Blatt! Düsseldorfer Blatt! Herr Nakashima, in der Tat großer Beifall, Sie haben sich eigentlich gefühlt damals? Ja, sehr schön! Und ein bisschen Nabus, aber trotzdem so schön! Und nächstes Jahr wieder? Ja, ich möchte noch einmal! Und wann fangen Sie mit den Vorbereitungen an? Anfang Juli! Und dann wieder in Mundart, wieder eine Rheinische Büttenrede? Ja! Wie empfinden Sie eigentlich den Rheinischen Vorsinn, der ja sehr ausgelassen ist? Oh, das ist schwierig! Alle Leute sind sehr nett und schön! Gibt es sowas auch in Japan? Nein, gibt es keine! Nun, dafür haben Sie in Japan etwas, was es bei uns nicht gibt. Ich sehe hier Puppen. Schenken Ihnen Ihre Schulkinder? Kauft man die sich? Oder was hat das für einen Sinn, diese Puppen? Das ist alles, zum Beispiel, das ist meine Schülerin selber gemacht. Und das ist von meiner Schwester. Wie lange arbeitet man an solch einer Puppe? Ich glaube, fast ein Jahr. Und das wird alles in Handarbeit gemacht? Ja, alles in Handarbeit gemacht. Puppen auch hier im Wohnzimmer, das einzige japanische, das man hier im Wohnzimmer findet. Erinnerungen an vergangene Reisen? Auch an Reisen, Geschenke, man schickt sie mir, man bringt sie mir mit. Oder Japaner, die zurückgehen, Kollegen meines Mannes, die sie dann mir herlassen. Das sind alles sehr schöne Erinnerungen. Waren Sie schon in Japan? Vor neun Jahren war ich fünf Monate in Tokio. Und wie haben Sie Japan empfunden? Warum sind Sie nicht da geblieben? Da bleiben für einen Europäer erstens sehr schwer, um da zu leben. Und mein Mann wollte ja nach Düsseldorf zurück. Und so hat sich das erlieben, dass wir wieder hier sind. Aber Urlaub möchte ich gerne wieder in Japan machen. Akzeptieren Japaner denn Europäer in Japan? Ich würde sagen, ja. Man war sehr hilfsbereit, man war sehr bemüht, mich zu verstehen. Ich war ja den ganzen Tag alleine. Ich musste einkaufen, ich musste zum Friseur und ich hatte eigentlich keine Probleme. Man ist sehr hilfsbereit, was man hier den Ausländern gegenüber eigentlich nicht ist. Herr Nakashima, sind Sie in den vergangenen Jahren noch mal in Japan in Ihrer Heimat gewesen? Ja, ja, gewesen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie hier aus Ihrer zweiten Heimat jetzt nach Japan zurückkommen? Oh, ich bin froh, mich wieder in Düsseldorf gesehen habe. Also, Sie möchten lieber hier in der Bundesrepublik in Düsseldorf bleiben, als in Tokio, da wo Sie geboren sind? Ich lieber in Düsseldorf leben. Wo unterscheidet sich das Leben in Düsseldorf zu Tokio? Ja, das ist so. Einmal so Urlaub in Tokio, ja das ist sehen. Und in Düsseldorf aussehen. Lebt man in Tokio hektischer oder? Ne, nicht so hektisch. Ja, in Düsseldorf gemütlicher. Gemütlicher als? Ja, als Kogyo. Sie sind jetzt neun Jahre verheiratet. Wie lebt es sich eigentlich als Deutsche mit einem Japaner? Es ist nicht schwieriger als umgekehrt auch mit dem Deutschen, würde ich sagen, ne? Also, es gibt da also im Grunde fast gar keine oder überhaupt gar keine? Es gibt eigentlich keine Probleme. Anpassen muss sich jeder den anderen, ob das jetzt ein Ausländer ist oder ein Deutscher, das ist meine Meinung. Nun, äh, leben Japaner ja in Düsseldorf relativ isoliert. Haben fast überhaupt gar keine Kontakte zu Deutschen. Es gibt eine sehr gut funktionierende japanische Gemeinde. Äh, wie werden Sie jetzt in der japanischen Gemeinde aufgenommen? Eigentlich sehr gut. Durch Ihren Mann? Durch meinen Mann. Und wir haben auch japanische Freunde. Und es sind eben immer wieder nur die Sprachschwierigkeiten, würde ich sagen. Sonst gibt es da keine Barrieren. So. Nun haben Sie nicht nur japanische, sondern auch deutsche Freunde. Ist es leicht, deutsche Freunde als Japaner zu finden? Das ist so, äh, zusammen mit Deutsch ist so Feiermarking oder so. Dann gut. Aber so Diskussionen... Äh, äh, vermisse es wirklich. Auch durch die Sprache. Ja. Bei dieser Unterhaltung, wie auch bei anderen Gelegenheiten, zeigt sich, Japaner sind höflich, bescheiden und lächeln. Unmut, wenn überhaupt, drücken sie weniger durch Worte als vielmehr durch Gesten aus. Doch trotz aller Zurückhaltung lässt sich Fusao Nakashima im Gegensatz zur überwältigenden Mehrheit seiner Landsleute feuchtfröhliche Bierseligkeit nicht entgehen. Zusammen mit seiner Frau geht er jeden Samstagmittag nach dem Einkaufen zum Stammtischgeplauder ins Eisstadion. Hier sucht er das Gespräch mit seinen deutschen Freunden, die ihn trotz aller sprachlichen Probleme schätzen und gerne mit ihm zusammen singen. Was bedeuten Ihnen die deutschen Freunde Bekannten? Ja, ich möchte die Witterdorfer und Rheinländer kennenlernen und verstehen. Also auch hier etwas, die deutsche Sprache noch besser zu lernen? Ja, kann man ja. Gibt es so eine Stammtisch-Einrichtung auch in Japan? Ja. Oh. In Japan gibt es nur abends eine Stammtisch-Lokale oder Stammtisch. Dann unterhält man sich auch so mit Freunden, Bekannten über Sport? Ja. Ja, natürlich. Genau. Und trinkt? Ja, wir trinken Dier oder Whisky oder Nake. Trinkt man in Japan mehr als hier denn am Stammtisch? Schluckt man ja mal auch ganz gerne ein. Ja. Ja, ungefähr. Also hier ein bisschen mehr, nicht? Ich glaube. Ja. Ein Japaner an einem deutschen Stammtisch ist sicherlich eine Seltenheit. Hier jetzt die Frage an den Stammtisch-Bruder, wie man den japanischen Freund aufnimmt. Da wissen Sie, uns hässlichen Deutschen wird immer eine gewisse Ausländerfeindlichkeit angedichtet. Und ich möchte dazu sagen, ein hässlicher Deutscher ist mir genauso zuwider wie ein hässlicher Ausländer. Aber jetzt muss ich dazu sagen, die Japaner passen mentalitätsmäßig am besten zu uns Deutschen. Worin sehen Sie das? Wir sind in puncto Disziplin, wir sind ruhig, im Temperament uns angeglichen. Und ich muss sagen, sie entwickeln einen Humor, der uns auch ähnlich ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass Herr Nakashima zu diesem Stammtisch steht? Ja, also ich habe ihn kennengelernt vor zwölf Jahren. Er hatte sich gewundert, dass ein Mensch 40 Bier trinken kann. Und als dieses Lokal eröffnete, ist er zwangsläufig mit zu uns hier rüber gegangen. Zumal er eine deutsche Frau hat. Und jetzt trinkt er 40 Bier auch? Ja, 35. 35 schafft er schon. An diesem Ort käme Fusao Nakashima nie auf den Gedanken viel zu trinken. In einem japanischen Restaurant, auch wenn es in Düsseldorf liegt, beherrscht Tradition das Essritual. Strumpfgang, heiße Tücher zum Händereinigen und Stäbchen. Die Eheleute Nakashima haben Bekannte, die Eheleute Kimura, zum Essen eingeladen. Ihr Gast, Toshimitsu Kimura, kommt gerade von einem mehrwöchigen Aufenthalt aus Japan zurück. Sie waren besonders, ne? Ja, ja. Und wie war denn das? Ja. Hier war auch besonders. Wetter. Zu lange warm. Zu lange warm, ja. Zu lange warm. In Tokio ist das Gegenteil. Ja. 27 mal Schnee. Schnee. 27 mal Schnee. Meistens nur 3 oder 5. Ja, 3. Ja. Boah. Mmmh. Besonders auffällig der Kontrast zwischen dem karg eingerichteten Raum und dem fantasievoll gestalteten Essen. Bei japanischen Gerichten wird die Liebe zum Detail sichtbar. Normalerweise werden kleine Portionen in verschiedenen Schüsseln, Tellern und Schalen angerichtet. Die Farben des Tafelgeschirrs sind wichtig, noch wichtiger die Formen. Obst und Gemüse werden künstlerisch gestaltet, in Streifen, Spiralen oder Rosetten geschnitten. Die S- und T-Zeremonie ist Ausdruck japanischer Zurückhaltung und vereint in sich Ästhetik, Poesie und Geschmack. Mmmh. Herr Nakashima, eine Spezialität offensichtlich, die wir hier nicht kennen. Was ist das? Das ist japanischer Fisch. Und ist das jetzt ein eingeführter Fisch oder gibt es den ja auch? Ja, gar nichts. Nur in Japan. Und das ist eine Spezialität? Ja, Spezialität. Essen Sie eigentlich überwiegend deutsche Küche oder japanische Küche? Ja, mal deutsch, mal japanisch. Ich kenne es, ohne beide zu sein. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie in einem japanischen Restaurant sind wie diesen, wo Sie ja die gleiche Atmosphäre wie in der Heimat haben? Wie fühlen Sie sich dann? Ja, wie genau so in Japan. Bekommen Sie dann keinen Heimweh? Keine, gar nichts. Also Sie fühlen sich überall gleichwohl? Ja. Frau Nakashima, Sie haben Deutsch kochen gelernt und fühlen wohl auch japanisch? Ja, allerdings. Wo liegt der große Unterschied? Japanisch wird das Gemüse und so weiter nur eben angedünchtet, nicht so gar gekocht wie in Deutschland. Und sehr viel roh gegessen? Sehr viel roh gegessen, ja. Esse ich auch sehr gerne. Ist das eine Gewöhnungssache? Ich würde sagen, ja. Oder eben wirklich eine Vertrauenssache, dass man sagt, ich probiere es einfach. Ob es schmeckt, das kann man ja erst hinterher sagen. Ja. Jetzt sind Sie ja manchmal vom Gespräch im Grunde genommen ausgeschlossen. Ist doch Japanisch gesprochen, Sie können nur einigebrochen Japanisch. Ja. Fühlt man sich ausgeschlossen? Eigentlich nicht. Ich weiß, um was es geht im Gespräch, wenn ich einige Worte verstehe. Unter anderem erklärt mir mein Mann das dann auch wieder, sodass ich mich eigentlich nicht ausgeschlossen fühle. Frau Kimura, Sie sind ja nun eine Reihe japanische Familie. Ja. Da auch die Frage nach den Esssitten, kochen Sie hier auf Deutsch oder nur Japanisch? Ich koche gerne beide. Überall. International. International. Nicht das am fehlenden Angebot. Gibt es nicht genügend japanische Spezialitäten oder einfach Lust an der anderen Küche? Ja. Hier gibt es viel japanisches Essen. Ich koche gerne. Genügend. Also einfach Lust am Essen. Ja. Herr Kimura, wo würden Sie ganz besonders den Unterschied gerade in der Esskultur sehen? Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, also japanische Küche, finde ich, die Material ist das Wichtigste. Muss ganz frisch sein. Und dann wegen der Schönheit auch. Schauen Sie, japanische Küche ist natürlich zum Essen nicht nur schmecken, sondern aussehen. Das ist auch sehr wichtig. Fernöstliches Eigenleben auch an der 1970 gegründeten japanischen Schule in Düsseldorf. Fusau Nakashima ist hier nicht mehr der ausgelassene, fröhliche Karnevalist oder der Plauderer beim geselligen Beisammensein. Nein, er ist ein strenger, aber auch liebevoller Erzieher. Im japanischen Schulsystem liegen unter anderem die Grundpfeiler des fernöstlichen Erfolges. So lernen die Kinder, dass soziales Verhalten nur dann Individualität zulässt, wenn in der Gruppe Harmonie herrscht. Bereits zu Beginn des 7. Jahrhunderts nach Christus hatte Prinz Taizai in der japanischen Verfassung festgelegt, die Harmonie ist hoch zu schätzen und der Verzicht auf Widerspruch ist ehrenwert. So bestimmt der Gedanke der Harmonie das Leben des Einzelnen in seiner Gruppe. Diese Philosophie ist sicherlich mit ein Schlüssel für die höfliche Zurückhaltung der Japaner untereinander und besonders gegenüber Fremden. Teamarbeit bestimmt bei Japanern die Arbeitswelt. So wie hier bei einer Schulkonferenz, in der gemeinsam die letzten Vorbereitungen für die Einschulung des neuen Jahrgangs getroffen werden, sind auch die Abläufe in der Wirtschaft. Entscheidungen fallen nicht von oben nach unten, Entscheidungen werden von der Gruppe getroffen. Kampfabstimmungen gibt es nicht. Jeder Kollege muss überzeugt werden. Im Unterschied zur deutschen Arbeitswelt, in der häufig nur egoistisches Verhalten anzutreffen ist, trägt jeder Japaner eine einmal getroffene Gruppenentscheidung mit all seiner Kraft engagiert mit. Es zählt die Gruppe und nicht der einzelne. Die Einschulung von etwa 80 Schulkindern. Dieses jährlich stattfindende Ereignis ist ein Garant für die japanische Macht am Rhein. Denn Tokioer Unternehmenszentralen wählen ihren Standort in Europa unter anderem auch danach aus, ob die Kinder ihrer Firmenrepräsentanten aus Fernost jederzeit nach der Rückkehr in die Heimat nahtlos Anschluss im Schulsystem finden. Diese Kinder, sollten ihre Eltern länger als vier Jahre in Deutschland arbeiten, können in Düsseldorf die Mittelschulreife erwerben. Bisherige Erfahrungen zeigen, für den Besuch einer abschließenden Oberschule in Japan gibt es keine Probleme. 800 Kinder werden hier zur Zeit von über 30 Lehrern unterrichtet. Die Unterrichtssprache Japanisch. In der Woche gibt es zwei Stunden Deutschunterricht. Zu wenig, um Deutsch richtig zu lernen. Bezahlt werden die Lehrkräfte vom japanischen Staat. Den laufenden Schulbetrieb finanzieren die hier lebenden Eltern der Kinder. Bis zu 200 Mark im Monat zahlen sie für jedes Kind, das hier unterrichtet wird. Fusao Nakashima verdient in etwa so viel, wie ein Lehrer an deutschen Schulen. Dies ist erheblich weniger, als die japanischen Kollegen erhalten, denn bei ihnen kommt noch die Auslandszulage hinzu. Probleme bereitet ihnen der alle drei Jahre stattfindende Lehrerwechsel, da dies immer wieder Freundschaften auseinanderreißt. Die Einschulungsfeier endet mit einem Begrüßungslied für die Neuen. Die Unterrichtssprache Die Töne traurig, die Gäste und der Töne traurig. Die Töne traurig, der Töne traurig. Musik Gegen 17 Uhr verlässt Usao Nakashima die Schule. Nach der Einschulung hatte er noch bis 14 Uhr Unterricht, doch damit endet nicht sein Schultag. Dienst in der japanischen Schule heißt Anwesenheit von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. So wie in der japanischen Schule der Arbeitsrhythmus aus der fernen Heimat an den Rhein übernommen wird, übertragen auch die Japaner ihre Lebensgewohnheiten nach hier. Im Gegensatz zu seinen Landsleuten wird Usao Nakashima, außer zum Urlaub, nicht mehr in seine Heimat zurückkehren, da er sich hier sehr wohl fühlt. Er sucht und findet Kontakt zu Deutschen, aber er pflegt auch seine Beziehungen zu Landsleuten. Trotz aller Anpassung an Deutsche und Düsseldorfer Verhältnisse ist er von der Mentalität her Japaner geblieben. Hilfsbereit, höflich, zurückhaltend. Untertitelung im Auftrag des ZDF,